Bis jetzt kann ich von dem Kurs mitnehmen eine Menge mehr Selbstvertrauen, als ich vorher hatte. Das Gewissen, dass ich noch eine Menge lernen muss, aber auch eine Menge mehr lernen möchte. Empfehlen könnte ich diesen Workshop eigentlich allen Leuten, die interessiert sind an der Schauspielerei und auch ein bisschen interessiert sind an der professionellen Schauspielerei. Ich kann den Kurs empfehlen Leuten, die sich unsicher sind, ob sie das überhaupt machen wollen, die noch dazulernen wollen und auch die, die einfach die Schauspielerei lieben.